Hallo zusammen, mein Name ist Alex aus Dortmund. Ich denke, der eine oder andere wird mich kennen. Und zwar möchte ich euch gerne ein neues Videoprojekt vorstellen. Der Name lautet Wie gesagt. Es wird in Zukunft mehrere Interviews geben, es wird Reportagen geben, es wird, wie gesagt, verschiedenste Themen geben, die wir ansprechen werden. Denn aktuelle Nachrichten aus Dortmund wird es alle zwei Wochen geben und ansonsten, wie gesagt, verschiedenste Interviews mit Zeitzeugen, mit Anwälten, mit Kameraden, die interessant sein könnten für euch. Und da wollen wir euch das Ganze natürlich näher bringen. Das hier ist unser neues Studio und da wird das Ganze dann stattfinden. Bleibt auf jeden Fall am Ball, schaut es euch an. Die erste Folge wird in der nächsten Woche kommen. Und da wird es um Sigi seine Beerdigung gehen und da werden wir euch versuchen zu informieren. Folgt unseren ganzen Kanälen, abonniert uns auf YouTube und Telegram. Es wird auf jeden Fall einiges Neues kommen von uns aus Dortmund und von daher bleibt am Ball und bis dahin. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020